Möglichkeit ist Das wäre sehr nett und wenn der Klon ähnlich überlebt Knappe Kiste Da ist der Typ Da ist der Typ Okay, wenn der sich jetzt umdreht Jetzt wäre meine Möglichkeit Komm jetzt geh weiter Nein Mach ich es jetzt halt so Ah fuck, ich muss da Komm, 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 komm Mach Och Gott Okay Da kann ich Huh 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 Geh doch Alter Vater Ich will doch nur in Ruhe hier durch Ich höre einen Oger-Org Wo auch immer der jetzt ist Huh Irgendwo links von mir anscheinend Ich speichere mal gerade Das ist alles übertrieben taktisch hier Okay an dem muss ich vorbei Der läuft auch wieder nur im Kreis Das ist aber der einzige hier Dann können wir schon mal Ne Etage weiter runter Bist du wohl still Den nehme ich mit So jetzt leise Da runter Das ist der einzige Spießgeselle hier Das ist schon mal gut Ich kann mal grad was trinken So Wo ist der denn hin Ja da runter springen ist glaube ich nicht die beste Idee Oh da drüben läuft noch ein Rittertyp An den Bogenschütze An den Bogenschütze Der sieht mich Der hier hin Der hier hin Der hier hin Der hier hin Zumindest ruft er keine Verstärkung Das ist schon mal ein positiver Nebeneffekt So Wie komme ich jetzt an besagte Unterlagen Der fuck Nicht klug So die habe ich schon mal Ich finde ich sitzt gut hier Ach ich war auf der anderen Seite Wie unfair Ich saß voll auf der anderen Seite So lange Arme hat der gar nicht Der hat geschummelt Ich weiß das Fuck Will ich die Unterlagen überhaupt? Theoretisch ja schon ne Die zweite Frage Die ich mir gerade stelle Wer hat mich denn überhaupt gesehen? Irgendwo links einer Von den Konsorten Der pennt Hier sitzt niemand Huh Oh nein, oh nein Er ist sicher Ein Mann Das war mein Oh nein Das ist alles Oh nein Komm schon Weg da Huuuuh Huuuh Das war gar nicht so scheiße gespielt Also es war jetzt nicht optimal gespielt Aber sie sind alle tot Das muss man mir zugute halten Jetzt ist die Frage Wie ich den Typen da oben Nanana Wie ich den ausschalte Genau, lauf einfach durch die Gegend Gib mir das Schön Kann ich den schubsen? Kann ich den schubsen? Ist das hoch genug zum schubsen? Nein, aber ich kann einfach umbringen Bats Sehr gut So Dokumente Ach die liegen hier direkt Und ein Messer liegt auch noch Du hast Dokumente für mich Gib mir die Danke Und jetzt dürfen wir zur Botschaft Die irgendwo da oben ist Okay Und deswegen gehen wir hier runter? Macht das Sinn? Ich hoffe es jetzt mal Wurfmesser Ach du Scheiße Ah Hier sind wir Okay Ich weiß wo Hier gab es ja diesen hässlichen Bug Oh Gott, bitte nicht runterfallen Das war jetzt so nicht geplant Das war jetzt so nicht geplant Leise Hu Nicht hier nachgucken bitte Geht woanders lang Ne Da kannst du gerne gucken Welche Unterlagen meint denn der? Ach die hier Danke So Ich werde dich nächste Mal Jetzt geh doch woanders gucken Geht doch Äh ich muss eine Etage höher Geht es denn hier eine Etage höher? Da sind Treppen Sind die denn für eine höhere Etage gedacht? Gibt es hier Ach der Plan ist eh für den Arsch Da findest du eh nix Guck mal da geht es zum Beispiel hoch Da ist doch kein Gegner mehr Kann ich doch hier einfach mal hoch stolzieren Und quasi das ganze Level was wir damals gespielt haben rückwärts laufen Da freue ich mich Noch mehr Unterlagen Alter Wie viele Unterlagen soll ich denn noch sammeln? Ach die liegen direkt nebenan oder was? Na komm ich hier nicht durch ne? Was ist das denn hier? Das war nur ich Das war nur ich keine Sorge Ist hier irgendjemand? Nö Ich meine es sind eh nur Nebendinger Da kann ich noch relativ gut drauf verzichten Ratz So das Licht ist aus Jetzt muss ich irgendwie Kannst du da schon runter gehen, Sticks? Danke. Hey, was ist da passiert? Vielleicht hört den einer. Ja. Was macht der denn da oben? Ah, sieh mal an. Uh. Ah. Du Affe. Anklang, dass er den Sand nimmt, macht er das Licht aus. Oh, und bringt mich damit um. Blöder Goblin. Ganz hart, blöder Goblin. Was muss ich wieder hier anfangen? Oh, Gott. Warum tut ihr mir das an? Jawoll. Oben liegen geblieben. Perfekt. Okay, die beiden haben wir schon mal so ausgeschaltet, wie ich das wollte. Müssen wir nur gucken, da komme ich auch durch. Gut, okay. Den Raum haben wir abgeschlossen. Nie wieder dieser Raum. Jetzt überlege ich noch gerade, wie ich das im nächsten mache. Weil da habe ich bitterweise auch jetzt kein Wurfmesser mehr. Das war fast nicht auffällig. Wooh. Scheiße, damit habe ich hier gerade den Weg verbaut. Ungünstig. Wooh. Noch ungünstiger. Hey, die Unterlagen habe ich. Oh, scheiße. Ich sage dazu nichts. Ich spare mir einfach jeglichen Kommentar. Ich will es jetzt aber auch auf Teufel komm raus durchspielen. Ich glaube, das ist der Nachteil an der Sache. Ich gehe da jetzt voll verbissen ran. Warum gehe ich einfach eigentlich da durch? Wieso ignoriere ich das nicht einfach? Gehe einfach hier lang. Auch wenn ich noch nicht wirklich weiß. Die Botschaft ist da oben. Mit dem Typ muss ich mich ja schon fast anlegen, oder? Ich muss hier jetzt mit dem Kloppen? Ist das dein Ernst? Hä? Warum steht denn da ein Typ ohne... Da fuck? Ich habe kein Goldharz. Ich kann mich nicht unsichtbar machen. Aber warum zum Teufel steht der da? Okay, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Weil ich will mich ja nicht mit dem Schlagen eigentlich. Darauf muss ich es ja jetzt nicht wirklich anlegen. Okay, der geht da. Hinten liegt ein Wurfmesser. Wer geht da? Entstanden? Fuck. Hier ist nix. Dreht euch einfach wieder um. Genau. Genau. So. Okay, wie mache ich das jetzt mit dem? Hä? Speichern. Ja, ich da... Ich nehme einfach den da. Wie muss ich denn jetzt... Gib mir mal den Kollegen. Das hat schon mal funktioniert. Und ich weiß, dass man hier oben lang konnte. Komm. Wenn du hier hinkommst, ist es mein erster Kletterkill. Komm. Oh Mann, der kommt nicht nah genug. Scheiße. Muss ich es halt so machen. Aber generell, dieses ganze Spiel jetzt rückwärts zu spielen, ist irgendwie ein bisschen behindert. Und die Unterlagen sind mir jetzt auch eigentlich völlig egal. Geht der da oben auch wieder in die andere Richtung? Kollege da oben, du musst dich auch mal umdrehen. Du kannst nicht ewig diese Treppe bewachen. Okay, scheinbar kann das doch. Was ein bisschen behindert ist. Ähm... Hm, 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 hm. Das könnte jetzt extrem scheiße gewesen sein. Das muss nur der Typ da auch noch weggehen. Hat der dünne Beine. Hey, 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 hey. Jetzt stehen die beide da rum. Wollt ihr mich denn verarschen? Ey, Freunde, ich werde jetzt hier mal einen Cut machen. Direkt unter dem Tisch. Was ein bisschen komisch aussieht. Aber ihr wisst warum. Äh, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne mal einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.